Da ist der Kopf platt, eklig. Wooty, wooty gemachti. Was wollte ich, also ich wollte auch fackeln, stimmt. Ich hab Silber gefunden. Das ist ja auch nicht schlecht. So, was wollen dich fackeln? Ich fackeln, fackeln kann ich nicht, weil ich hab nämlich kein Bäumchen mehr. Aber ich kann mal Bäumchen fassen. Und wo ist denn noch fackeln? Ich hab vorhin 40 gebastelt. Dann hab ich nicht in die Kisten geguckt, muss nur in die Kisten gucken. Aber ich werde jetzt erstmal ganz kurz hier noch einmal was basteln. Dann schab hier auch zwei von diesen Eicheln. Und die pflanzen wir jetzt erstmal einmal hier. Und mit dem Abstand einmal hier. Zack, zack. Zack, zack. Immer schön Türen zu machen. Und du sagst, die sind irgendwo fucking gewesen. Das sind keine. Nee. Aber ich hab ja jede Menge Holz, sehe ich gerade. Hat sie aber nicht. Ach nee, die hab ich Hubi gegeben. Macht doch nix. Holz hab ich ja jetzt gefunden. Gel hab ich auch jede Menge. Basteln wir jetzt erstmal aus dem ganzen Gel. 63 Fackeln, das sollte reichen. Und jetzt geh ich Hubi weiter ärgern. Ja. Hubi hat Eisen gefunden. Also lass Hubi hin hoch. Oh, echt? Ich komm und helfe dir. Ich komm und helfe dir. So wie in Team Fortress. Ach du Scheiße. So wie in, äh, so wie in, ähm, in Surgeon. Ich bin nicht Bob. Komm Bob. Aber war das nicht schön? Bob ging's so gut. Der war schon schön K.O. Hm, du hast dich eingebaut. Das kann man überheben. Du hast mich eingebaut. So, dann, äh, ach, das ist, das täuscht. Zack, zack, zack. Äh, da ist ein Fackelnweg, die brauchst du eh nicht mehr. So, nächsten Man-Eater off. Ja, das schaffst du doch jetzt. A little one, ah, a little, okay, den krieg ich vielleicht noch. Ah, der stößt auch zurück. Hm, der stößt zurück. Ah nee, Soul-Eater, nicht Man-Eater heißen sie. Ach so. Ja. Die stoßen. Die Schweine. Büsschen. Ich könnte mir gleich mal was zu trinken holen, fällt mir grad ein. Ich hab ein zweiter. Ach, crap. Und ein großer auch noch. Du hast nichts verdient. Hä, ich bin hier immerhin am Treppenbauen für dich, ja? Und Slimes auch noch. Na gut, für dich und die Zombies sollen runterkommen werden, aber das ist eine andere Nebensächtigkeit. Weg, schnell, Hilfe. Lauf, Knorke, lauf. Ouuuun. Tür auf. Tür zu, zack. Ich bin hier auch mal ganz, ganz kritisch mal wieder für ein Left4Dad fällt mir grad ein. Mit Splitscreen dann wieder. Oh, 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 ja. Stimmt, das war ja eigentlich unser Debüt damals, ne? Ja, ja. Ist ein bisschen aufwendiger, aber ey, mittlerweile haben wir ja das. Hier ist noch ein bisschen Wasser für dich da unten. Nicht, dass ich schon nur noch rette. Ich komm und rette dich, Bubi. Oh, ich hab keine Plattform mehr, das ist nicht so gut. Aber ich kann ja hier so ein Zwischending mal hinbauen. Warte mal. Doch, Plattform kann ich sogar so basteln, da brauch ich manchmal was für. Ja, das ist cool. Den haben wir jetzt auch mal gebraucht. Hier, da hier, der Eiferbübsch. 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 Hubi taucht. Guck mal, so freundlich bin ich zu dir, Hubi. Oh nein, unsere Festung wird ein. Was? Eingenommen? Nein, die scheiß Eater sind in die Festung reingerannt. Oh. Die haben hier einfach über den Haufen gerannt, hä? Oh, crap. Oh man, so fies hier. Einfach Roms rein und nicht über den Haufen gerannt. Und ich so, hä hä hä. Okay, wir haben jetzt hier. Oh, jetzt sieht Hubi wieder aus. Schade, ich wollte Hubi bestreuen. Oh. Ich bin der Hubi toller. So gemein. Wer mich hat, braucht keine Feinde mehr. Oh ja. Das glaub ich dir jetzt einfach mal. Nein, ist kein Problem. Hier, nimmst du nichts. Ich buddle jetzt mal hier drüben weiter. Hey, da hinten sehe ich ein Licht. Hubi? Ja? Auf der linken Seite sehe ich im Übrigen Licht. Ich glaube, wir haben das Perfile gefunden. Ja, das sieht ziemlich nach dieser Scheiße aus. Das ist nämlich leicht lila. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab den bösen Untergrund gefunden. Moment, das bedeutet, dass die Monster auch gleich durch die Wand hier kommen, oder? Oh oh. Da ist mein... Das ist so krass. Wir haben kein Kupfer, wir haben kein Eisen, kein gar nichts. Was finden wir? Die erste Abenteuerstufe sozusagen. Da müssen noch ein Schild hier hingebaut werden, dass das da in die Richtung geht. Knorkos Vital Organs were ruptured by ethos of souls. Aha. Jetzt haben wir auch noch einen Krabstein in der Wohnung. Sehr schön. Du hattest im Übrigen wirklich recht. Also hier unten, wo ich jetzt bin, die 490 Fuß unter uns, da ist tatsächlich genau das Reich dieser Drecksviecher. Ja, ja, dieses Creep-Zeug da irgendwie. Mal kurz mal hier ein bisschen Licht machen. Licht war die andere Taste. Das Schlimme ist, wir rudeln uns da genau dahin. Oh. Ja. Viel Spaß. I have found a little Höhle. Mit a little Tontöpfe. Aha. Heiltrank, Heiltrank. Aha. Spaß. Hallo Hubi da unten. Wie geht's? Ajo. Sand. Ist überall. Heiß. Und äh. Ne, liegt mir das Lied von Rute doch gleich wieder. Heiß. Dreh dich mal um. Ja? Und jetzt? Da ist doch irgendwas. Unter dem Lehm. Äh, Sand. Ja. Ah, Sand. Stimmt. Ne, da wo ich bin. Ja. Das ist doch irgendwas Rollenes. Das ist doch Stein. Ähm. Irgendein Erz. Ich weiß nur, dass es genau links neben uns halt wie gesagt ist. Andere Richtung. Ach denn. Ja, das Erz tatsächlich sehe ich es. Also genau unter mir im Prinzip jetzt oder was? Unter mir. Äh, über mir. Ach du meinst das da. Da, hier das hier. Jetzt habe ich es auch gesehen. Jo. Stimmt. Das ist äh, Eisenerz tatsächlich. Gut geguckt. Ich habe immer bei dir geguckt. Sorry. Nicht auf meiner Höhe. Sehr schön. Ein bisschen Eisen. Können wir uns dann langsam mal sicher rutschen. Ja. 13 Eisen. Das könnte tatsächlich für die ersten Ausrüstungen reichen. Sowas wie ein Schwert. Wobei, Schwerte sind eigentlich für den Arsch. Deswegen lieber Pickaxe bauen. Das ist ein Arsch? Ah. Meine Lieblingswaffe war immer auch die Whipped dann irgendwann. Ja, okay. Und der... Der Crabble. Darauf freue ich mich auch schon mal. Die Crabble-Dings. Ja. Das dauert natürlich ein bisschen. Ja, ja, ja. Da braucht man, glaub, irgendwie Skelette. Skelette müssen wir irgendwie plätten. Dornen. Wir brauchen ganz viele Dornen vor allem. Jetzt habe ich den Eisenjackpot gefunden. Jackpot! Ding, 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 ding. Wollen wir das Licht machen? Weiter geht's. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch so ein... Oh, oh. Äh, Hubi? Ja. Kannst du schwimmen? Ja. Aber lasst uns. Was denn? Wie oft bin ich erstickt wegen irgendwelchen scheiß Schwimmereien im Untergrund? Ich muss das Wasser ja irgendwo hin schaffen. Ich sehe nicht, was ihr macht, aber ich höre es. Und ich kann mal schon bitter vorstellen, was Markus Krabble vorhat. Ich muss das Wasser halt ablassen. Ich muss halt mal. Wasser ablassen. Ja, ja. Wir machen das noch ein bisschen schneller hier. Ja, komm. So. Ist aber nicht so viel. Ist nicht so viel. Keine Sorge. Ist schon gleich vorbei. Oh, da oben war ja noch was. Blah! Hahahaha. 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 Ich hab noch Eisen gefunden. Hahahaha. Oh, oh. Hahahaha. Oh. Oh, komm. Das bisschen Wasser kannst du ab. Hahahaha. Hahahaha. Also ich hab jetzt im Übrigen hier so einen Tonschwanker. Ja. Ich hab's gef... Oh, das ist Silber. Hier oben. Ja. Ich bin in der ersten Dungeon-Höhle gelandet. Dungeon-Höhle. Dungeon-Höhle. Weil Dungeon doppelt gemoppelt hört sich viel besser an. Aha. Dungeon-Dungeon. Dungeon-Dungeon, genau. Also das hier ist auf jeden Fall die, äh, solchen Gegend. Hier haben auch schon die Altare rumstehen. Diese komischen Fressmäuler. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Ja, 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 ja. Und ich bin auch gleich drin. Ich buddel mich da nicht gerade rein. Der Hubi eins tiefer auch, wie's aussieht. Und unter mir sind, glaub ich, sogar rote Schleime mittlerweile. Rote Schleime mittlerweile. Ja, da sind sie auch schon. Und, äh, Soul Eater. Wie geht's? Iiii, Soul. Ja, top. Ich bin mal ganz kurz Afke. Du bist Afke? Achso. Ich hab einen Boomerang, stimmt ja. Dann kann ich mal gucken, ob ich die damit erwische. Äh, Boomerang ist 5. Ich deb. Jaaa, mit dem Boomerang kann ich sie sogar relativ schnell außer Gefecht setzen. Ist ja geil. Boah, bedrohliche Musik. Da unten wuselst. Äh, Hubi, pass auf, ne? Und so. Jojo. Oh, wieder da. Lalalala. Baby. Schön. Oh, da kommt ein roter Schleim in Richtung, Hubi. Oh, scheiße, 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 blauer Schleim. Oh, ein Herz. Gut. Puh. Ja, ihr seid doch schon recht fleißig da unten. Ja, wir sind vor allem adventuren. Ja, ja, und. Begebt euch in. Gefahren. Gefahren. Ja, vor allem mit meinem kleinen Boomerang hier. Ich versuche nicht diese kleinen Drecks hier. Einer ist flat. Okay, einer roter ist noch da. Dann versuche ich noch platz zu kriegen. Ja, aber jetzt kann ich jetzt in zwei hier runter. Boah, geil. Rechtlich viel Loot. So eine Lootgeile Sau. So, Hubi braucht Hilfe. Das weiß ich jetzt schon. Nö. Klar. Ich habe aber keinen Gegner hier. Das meine ich nicht. Habt ihr euch schon Rüstungen oder irgendwie hier Schutzrüstungen gebaut? Oder seid ihr noch halt nackt da unten? Wir sind nackt. Du weißt, aber wir lieben die Gefahr. Ja, richtig, richtig. I too like to live dangerously. Danger man. Danger boy. Danger man. Danger maus. Danger maus, genau. Danger maus saß. Schreck da oben. Juhl. Du flirr da unten. Schick der mir noch mehr Wasser. Ich musste halt mal. Okay, hier kommen wir eh nicht durch. Das sind diese speziellen Steine. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall unsere Eisenpicken für. Oh oh. Du hast einen roten Schleim da drüben. Schleim ist Schleim. Na 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 na. 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 Na Schleim. Ich stehe in die andere Richtung. Würde ich auch. Jetzt muss es gerade irgendwie wieder... Komm ich denn hier raus? Oh. Wir haben einen Schleim in der Wohnung. Ja. Wie kommt der Schleim in die... Ach so, weil es sind ja keine Wände drin. Ja, richtig. Aber du meinst auf der Höhe, wo auch keine Wände sind. Okay, dann bitte einmal nachrüsten. So, ich geh jetzt mal wieder nach oben. Ich hol mal vorher das Eisen ab. Einmal Eisen bitte. Was für ein Eisen. Das Zeug oder Kupfer oder was. Ach du machst gerade Kupfer da. Da unten ist noch mal Eisen. Siehste genau unter dir. Na gut, dann hol ich das Eisen schon mal. Ich bastel uns dann entsprechend Picken und bringe die mit. Okay, Hubi? Okay. Dann bewirf mich mal mit dem Zeug, dass du hast. Warte mal kurz. Was hab ich denn hier? Mal kurz gucken, dass wir gleich wieder hochkommen. Hm. So. Hm, das brischt schon eine ganze Menge. Ja, den Sand brauch ich nicht, geh weg. Unglaublich. Was er mir hier alles andreht. Unglaublich. Aber man kann das ja vernichten. Oh, man hat da diese Mülltonne. Falls du das nicht wusstest. Ja, genau. Hubi. Oh ja. Ne? Den ganzen Lehm und so, den brauchen wir ja normalerweise nicht. So, hier wieder hochkommen ist sowieso so eine Sache. Aber ich kann ja nochmal so ein paar von dem hier herstellen. Das passt mal nebendran. Sollte nicht ertrinken. Das wäre eine Duo-Idee jetzt an der Stelle. Äh, ja, das ist doch gut hier. So. Dann komm ich wieder hoch und baue uns mal ein bisschen Werkzeug aus Eisen beziehungsweise aus Kupfer. Muss mal gucken, je nachdem was ich davon herstellen kann. Aber erst muss ich hier noch hochkommen. Äh, es bietet sich an auf jeden Fall mal so einen Stollen zu bauen mit gerade nach unten. Bei Gelegenheit. Also sowas, was dann... Hm, Gelberschleim. Den, äh, was kann man dann nächstes Mal machen? In die Hölle. Dann machen wir von unserer Basis aus nach unten gehen. So einen kompletten Schacht. Der Höllenschlund. Schacht. Ja. Schacht. Hüpf. Hüpf. Ein Hüpfschacht. Ja. Ja, ja. Mir fällt schon wieder aus dem Ohr. Unglaublich. Das kommt vor. Aus dem Ohr? Das kommt vor. Ja, da muss er hoch. Oh mein Gott. So, jetzt. Der hat denn eigentlich hier diesen ganzen Dreck durchgelassen. Dut, 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 dut. Hast du immer noch Nacht? Bin ja unter Tage, da krieg ich das nicht so mit. Äh, noch Nacht? Ne, hörst du die Musik... Ach, die Musik ist ausgemacht, ne? Ne, die hab ich an. Weil die Musik heißt dann Nachtmusik. Ja, deswegen. Hallo. Ach, der hübsche Grab steht da oben. Du, klar. Sel, denn nachen wir mal hier... ...ein klein wenig... Was ist das denn das Dreck? Ich kann eine rosa Vase herstellen. Aus Lehm. Ach, deswegen. Ach, eine rosa Vase. Und nen Tontopf kann ich herstellen. Und Glas kann ich herstellen. Für was braucht man Glas nochmal? Äh, für Fensterscheiben. Äh, Petroleumfackeln. Die Soßen schöner sind sie gerade. Habe ich auch mal eine. Petroleumfackeln. So. So. Naja. So. Schöner sind sie nicht wirklich. Aber wir machen mehr Licht. Aha. So. Silberbarren kann man herstellen. Ganzen einen. Dann haben wir Eisenbarren. Oh ja. Oh, okay. 20, 21 Stück. Wir können einen Eisenhelm bauen. Ah, Werkzeuge kommen sowas als erstes. Mülleimer. So. Kupfer. Sogar jede Menge. Sehr schön. Ein bisschen Kupfer hat man halt glaube ich noch. So. Und jetzt bastle ich uns erstmal ein bisschen Werkzeug. Hubi kriegt auf jeden Fall gleich mal Eisen. Eine Eisenhacke natürlich. Das ist heute die einzige die wir haben. Da brauchen wir erstmal mehr Eisen. Da kommen wieder schon Dings runter. Und uns beiden baue ich mal eine Kupfer. Ah, ist auch nur eine. Was brauchst du denn oben? Ich brauche eine Hacke nun. Dann nehme ich erstmal die Kupfer. Ja. Ach, ich habe eine Kupferhacke sehe ich gerade. Eine Kupferspitzhacke. Massiv. Ach, wir haben mit Kupfer angefangen sehe ich gerade. Eine Linse. Schade. Ich habe immer noch eine... Das stimmt. Ja klar wir fangen mit Kupfer. Ach, ich dachte wir haben Holz. Na klar. Ich dachte auch das sind die Holz eigentlich anfangen. Ja, aber gibt's da. Gibt's hier. Gar nicht. Okay. Dann haben wir einfach mal eine Kupferspitzhacke schonmal übrig. Und äh. Hubi, hast du auch eine Kupferspitzhacke? Ja. Okay. Und dann irgendwie können wir irgendwann mal oben bei Gelegenheit dann, oder irgendwo hier in der Nähe von unserer Festung, eine Augenfalle bauen. Äh, wie macht man die denn? Ach, die habe ich mal gemacht. Ähm. Hubi ist gestorben. Eine Art. Slime. Kann ich euch erklären. Das ist ein Turm mit so zwei ähm, Balustraden, Balkonen, die da unten reingehen, dann sich da drin fangen und dann kannst du schön platt klopfen vom Mittelturm aus, von dem Mittelgang. Kannst du dir mal basteln. Mhm. Mhm. So, ich gehe wieder runter. Ich wollte Hubi mal die Axt bringen. Ich bin hier oben. Er ist oben. Stimmt ja. Er kloppt grad die... Ach du bist ja gestorben, stimmt. Und... Wenigstens spawns hier direkt drin, obwohl wir gar kein Haus haben. Ja... Ne draußen. Achso. Spawnpunkt. Spawnn nicht. Ah, Zombies! Oh ja. Böserzahnwege weg. Böserzahnwege weg. Ah, da ist ein Stern oben auf dem Dach gelandet sich gerade. Können wir da? Mhm. Wo kommt denn der andere Zünder von meiner? Er ist hinterher gehüpft. So. Du, hier. Ja, genau, da geblieben. Gitt schön. Na, die Türen wieder zu machen. So. Äh, Schnee brauchen wir noch, ne? Wieder. Ja, ich hab noch, ähm... No Bricks. Die wollte ich grad umwandeln in Wände. Okay. Aber wir können die auch erstmal lassen. Ja, ähm... Erstmal die Innereien. Stimmt schon. Erstmal die Innenbände machen. Einfach da in die Kiste. Schnell stapeln. Und gut. So. Dann bastel ich nochmal ganz kurz den Eingang nach oben. Iiiiih. Hauptbevall, lass die Tür zu. Ja. Unglaublich. Einer muss es ja tun. So. Und dann machen wir hier noch ein Zwischending. Und zwar machen wir hier jetzt mal auf. Weil nämlich sonst, äh... Kommt da immer der Viecher rein. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Deswegen kommt die auch rein. Fällt mir grade ein. Weil... Weil keine Wände haben. Ja, sicher. Ne, nicht nur das. Sondern einfach weil... Ne, hast recht. Moment. Ich hab nichts gesagt. Wir brauchen noch ne Tür. Eine Tür. Da bin ich für. Und hol mal die Sternstüppel noch fix da oben. Einfach... An die Decke hochspringen. Hast du sie. Achso. Ja, ich wollte einfach hier raus. Und dann sie so quasi holen. Boom. So. Du machst das schön. Sehr schön. Das hab ich denn hier links gebaut. So. Äh... Hab ich ne Tür dabei? Nein. Kann ich die Tür bauen? Nein. Dann muss ich runter. Und... Der schmeißt mir einfach so ein Ex auf den Boden und räumt mich auch. Hubi. Unglaublich. Ja. Du kannst allerdings kaputt machen das Ding. Du hast einen Mülleimer immer dabei. Da packst du dich einfach rein. Dann ist der Putt. Quatsch. Äh... Wie dienen nochmal diese großen Herzen kaputt? Großen Herzen? Äh... Da brauchst du glaube ich einen Hammer. Ja, genau. Bring mir den Hammer vorbei. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich muss hier erstmal einen bauen. Warte. Einen Kupferhammer. Zack.